Durch Blitzableitung. Rock und Metal. Mit Mige Colatrugio. Radio Blitz. Dein Sweepradio von Grämchen. Hey zusammen, da ist der Andy von «All to get her» und ihr hört den Blitzableiter vom Radio Blitz. Hallo Radio Blitz, da sind Feita Feit aus der Ostschweiz und wir freuen uns riesig, dass wir hier bei eurer Sendung dabei sein dürfen. Da ist der Fabian von «My Last Hour» und ihr hört die Sendung «Blitzableiter» auf Radio Blitz. Ein paar schiefigen Abend miteinander. So, wunderbar, jetzt starten wir hier in den Blitzableiter mit meinen Gästen. Oder vor Anfangs mal mit dem Moderator, der nachher das Heavy Mental moderieren wird. Und zwar Samuel Metal-Pfarrer Hug. Ciao Samuel. Salut Miku, guten Abend. Alles gut, bist du zu weg? Ja, ich bin zu weg. Mir geht's gut. Silas ist leider nicht, der normalerweise eine Sendung macht. Der ist krank. Ich habe an dieser Stelle eine herzliche, gute Besserung an Silas. Genau, natürlich. Darum müsst ihr davon bleiben mit mir. Ja, das machen wir aber sehr gerne. Wir haben Freude, dass du wieder da bist. Ich habe Freude, dass du wieder da bist. Es gibt wieder einen Heavy Mental. Wenn ich richtig zählt habe, ist es der vierte, den wir aus dem Radio Blitzstudio raus machen. Heavy Mental gibt es natürlich schon viel länger. Das war ja Online-Geschichte. Und ich freue mich, dass ihr da bei mir im Blitzableiter seid. Und vor allem hat er für mich einen sehr interessanten Gast eingeladen. Also, ihr habt ihn auch nicht für mich eingeladen, aber er ist für mich sehr interessant, weil er selber ebenfalls eine Radiosendung hat. Wir wollen dann nachher mit ihm über das reden und ich bin sehr gespannt. Er hat schon ein paar Sendungen mehr gemacht als ich. Das habe ich schon erfahren. Genau, ich bin dreimal so viel, gell? Ungefähr, genau. Gut, aber starten, wenn wir fangen wir mal, etwa um halb acht Uhr, legen wir los mit dem Intro, haben wir abgemacht. Starten, fangen wir zwei. Genau, und wir haben eben schon Heavy Mental Sendung miteinander gemacht. Und letztes Mal hatten wir einen anderen Gast, der mittlerweile musikalisch eben fleissig gearbeitet hat. Der Andi Lamorte von Rainforce ist ja letztes Mal im 6. Dezember, am Samichlausertag, war er schon da und er hat gesagt, ja, das neue Album kommt er. Mittlerweile ist das rausgekommen und darum, glaube ich, hören wir doch jetzt mal einen von den Songs, der da gerade frisch rausgekommen ist. Und ich habe einen ausgewählt, der auch noch ein bisschen Metal-Church-Bezug hat. Also er hat ja Rainforce sowieso mit dem Bassist, mit dem Jan-Thomas. Aber man hört ihn in den Songs Silent Night, wo ein Solo dann auch vom Philippe, Guzman, Vicente, Bandleider von Adoradmus natürlich noch drin ist. Und natürlich war Rainforce auch bei mir im Studio mit der neuen Platte. Den Song habt ihr schon gehört. Und trotzdem, natürlich, hören wir uns den gerne noch einmal an. Silent Night von Rainforce. Born as a child, the promised king, born in a cradle, outside the town. This is where it all began, the greater story, heaven's all. Today we decorate the Christmas trees, telling each other fairy tales. Yes, for the children, pennies for the poor, doing good deeds, but forgetting the fairs. How hard we try every year, to get on the Christmas tree, candles and bright lights illuminate the night, shops are doing their impulse sale. What have we done with this story, do we remember the promised child? Sometimes I feel so sorry, cause no one is quiet, no one cares. In the Silent Night In the Silent Night In the Silent Night What have we done with this story, what have we done with this story, do we remember the promised child? Sometimes I feel so sorry, sometimes I feel so sorry, sometimes I feel so sorry, no one cares. Because in the Silent Night In the Silent Night In the Silent Night I can Ort-a- Sea now Oh hey In the Silent Night In the Silent Night Who的时候 I can not? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 und jetzt kommen sie im Blitzabläuten mit Puppet Dance. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Lord, may it live until the end of time And now when history is shown No, I never could have known The pain, the cost, the sacrifice Have I paid the ultimate price? The pain, the cost, the sacrifice Hell, king of kings Flying and you're without wings Oh Lord, may it live until the end of the time Oh Lord, may it live until the end of the time Oh Lord, may it live until the end of the time Hell, king of kings Flying and you're without wings Oh Lord, may it live until the end of the time New Horizon mit King of Kings Das läuft jetzt hier noch gerade aus, merke ich gerade Und jetzt kann ich wieder den Samuel reinnehmen Und jetzt langsam gehen wir zu unserem Gast über, oder? Genau, wir kommen jetzt zum Metal Genau, und einfach noch zur Erinnerung noch Einmal für euch, eure Fragen Und Statements und unserer Grüße, was auch immer Seien willkommen Per WhatsApp, seien sie eben auf der Nummer Auf der Metal Judge 079-739-0959 Oder 079-39-5588 Und dort könnt ihr ebenfalls Fragen stellen Oder eben an uns, an dich Oder auch natürlich an deinen Gast Den du jetzt hier wirst begrüssen Nach dem kurzen Jingle, den ich jetzt hier einspiele Wenn du bereit bist Ich bin bereit, los geht's mit Heavy Mental Legen wir los Ja, herzlich willkommen, Roger Oh, sorry Sorry, jetzt können wir reden Genau Ja, herzlich willkommen, Roger Danke für die Einladung Ja, sehr herzlich willkommen Ist doch gerne geschehen Roger Roger, Roger Wettli mit bürgerlichem Namen Hey, wer bist du eigentlich? Sagt der Kurti Ich bin ein 41-Jähriger aus Süd-Argau Kann man sagen, Freiamt Und ja Wohne dort, lebe dort, wirke dort Und Wir in jedem Montag In Saarau zu einer Radiosendung aufnehmen Ein bis zwei Mal Je nachdem, wie es es mit meinen Gästen geht Zwei Stunden jeweils Immer mit Gästen Genau Mit Ja, man kann sagen 99% 95% sind Heavy Metal Bands Genau, die Sendung heisst ja auch Taktlos Metal Wir kommen nachher dann mal nachher drauf Wie das gekommen ist und überhaupt Wie du das so machst Was machst du, wenn du nicht Metal-Sendungen machst? Du machst es ja nicht beruflich Was machst du sonst? Ich bin Journalist Lokaljournalist Eine der Gegend, wo ich wohne Ich habe ein langjähriges Hobby Und berufliche Erfahrung im Naturschutz Und darum bin ich noch Naturschutzaufseher Naturschutzgebietaufseher, sprich Ranger Mache ich noch als neben Ja, kleiner Nebenberuf Macht aber auch riesige Freude Und ich habe auch gemerkt, in dieser Szene In der internationalen Zumindest in der deutschsprachigen Szene Gibt es doch einige, die diese Musik auch hören Das ist noch lustig Man redet eigentlich über Naturschutz Und wie es darum geht Und Leute dazu, ohne dass man Strophen aufgeräumt kann Dazu bringen, dass es Regeln halten Und das merkt man, dass man Mindestens ein Teil auch Heavy Metal hört Sehr spannend, cool Ja, gell, die, die richtig Musik hören Die müssen das auch sonst Gute, die richtig Haltung haben, oder nicht? Genau, das sind die, die nachher finden Jetzt bin ich ein Rebelli Jetzt fahre ich gleich mal Das Schutzgebiet durch Nein! Ja, wir können dann sicher Zu diesem Thema nehmen wir auch noch Gehen wir noch etwas Neues rein Genau Was mich so zum Einstieg Wie habe ich wundern, Roger Wie bist du eigentlich zum Hardrock Und zum Metal gekommen? Ich habe gesagt, ich bin 41 Ich habe zwei Geschwister Die haben vier und fünf Jahre älter Und mit Jahrgang 83 Hat man eigentlich so als 7-8-Jähriger Das nur mit den Geschwistern mitbekommen Das Ende 80er, 90er Anfang 90er Ding Und dann habe ich später In der Findungsphase Kollegen gefunden Wo mir die gute Musik wieder beigebracht haben Also früher so Scorpions Ärzte hat man ja gekannt Ärzte, die bestanden vielleicht Pop? Nein Die sind doch recht trockig Und dann Hosen, die haben durchaus Auch gewisse Härte Und eben Scorpions dazu mal Und dann später Der Kollege mal Lassen mal Metallica Ein guter Einstieg gewesen Mit Reload Weil mit Der frühen 80er-Jährigen Hatte die Einstieg nie gelungen Und dann bald einmal Halloween Auch so ein Typisalben Pink Papas Go Ape Wird gehasst Ist aber auch der perfekte Einstieg Dazumal Und von dort Dann eher eins über Blind Guardian Und so weiter und so fort Und dann begann heftig auf Und ja So ist es dann weitergegangen Und dann weiter das Zeug entdeckt Und dabei geblieben Das ist cool Eine gewisse Heimat gefunden Genau Du hast jetzt von den grossen Bands Schon eben erzählt Wo man es okay Wo man auch im Radio Hat können hören Und so weiter Im Mainstream Aber das ist ja nicht Bei dem geblieben Nur bei den grossen Namen Sondern du bist ja auch Ganz lokal Verwurzelt worden Wie ist dir das gekommen? Man hat das mal gemerkt Krokus spielt noch jemand In einem Keller Anfangs muss ich zu sagen Anfangs 2000er Jahre Ist das gewesen Krokus ist noch Ja Hat die kleinen Clubs gespielt Ist ein Nichtmetalles Stadion Ich kann mal Besetzung gesehen Die hat ganz anders aus Als die erste Die ich gesehen habe Karl Sentens Was heute bei Nazareth singt Ist dort noch dabei Als Sänger Und auch dann Kommt man irgendwie Geht man mal Mit dem Töffli Oder mit dem Roller An das erste Sogenannte Underground Konzert Man fand den Underground Voll geil Green Seht wie die langhörigen Metal-Fans Auf den Handbang Und findet Wir wollen auch lange Haare Man entdeckt mal Lokalmatadoren Oder Leute Man verliebt sich Also als Kleine, kleckene Bands Wie das mal Inishmore Gonorrheas Wobei Gonorrheas Sind für mich Immer nahgestanden Wir haben immer Funden Das Potenzial Bei Inishmore Sind grösser Und man lernt Man merkt Mit diesen Leuten Kann man reden Man wächst eher wieder ein Und geht an die Konzerte Und findet Hey Da gibt es Aktiv Super Schweizer Bands Und dann Ja, aber die kennt Nimmer Genau Und dann Kommt dann Irgendwann Anmer Liste Heftchen Können wir Vielleicht auch Machen Man rutscht Irgendwann In ein Lokalradio In Ein Alternativradio Man könnte ja Da gibt es Ein großes Konzert Man könnte ja Unter anderem Inishmore Und Konrheas Interviewen Und Irgendwann Ist man dort Und Wahrscheinlich schon Im Gesetzenalter Was ist das 21 Findt man jetzt Weil wir Nicht mehr Anders machen Ja, sehr gut Du hast Inishmore Jetzt erwähnt Als so eine Band Die bei dir Wichtig geworden ist Lokal Wir lassen doch jetzt Ein Ein Band In eine Band Die dir eben Ein Band Die wir Wirklich Ja, sagen wir 5-10 Jahre Abgeführt haben Mächtig Also Keine Ahnung Wie ihr es kennt Nachher kennt ihr es Inishmore Mit Memories 20 Jahre Was ist das Going on Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ich erzählte von den jungen Reikits nicht zuerst recht mit den jungen Reikits. Ich bin nicht in dem Moment recht emotional geworden und musste sagen, das müsste eigentlich durchziehen. Das ist dem recht eingefahren. Wie bist du dazu gekommen, so etwas zu machen? Ich meine, für Natur, wieso fasziniert dich das? Was bewegt dein Herz? Der Naturschutz war irgendwie schon früher als Metal oder gleichzeitig. Eher mal Ölkatastrophe, keine Ahnung, wo nachrichten. Dann eher wie Naturschutz, Jugendnaturschutz gewesen, 20, 30 Jahre. Egal, lang Pro-Natur-Aargau-Vorstand, also Kantonalverband. Ich habe die Ausbildung noch gemacht, seit langem Naturschutz gearbeitet. Der kleine Weltverbesserer. Ich fahre ein Auto, ich esse Fleisch, ich habe Fleisch gerne, ich gehe auf die Jagd. Aber trotzdem eine verantwortungsbewusste Umgänge im gesamten System hinein. Ob man es retten kann, ist die andere Frage. Was retten wir, ist die grosse philosophische Frage. Ich glaube, man rettet nicht die Natur. Die Natur muss nicht gerettet werden, man rettet die Lebensgrundlage für den Menschen. Und vielleicht auch für mich, schnell mal eine philosophische Frage, wenn wir ins Christliche kommen. Die Erde sagt einem, man ist untertan, du bist der Bibelfest. Ich weiss nicht, ob das steht, aber das sagt man. Ich habe mal gehört, das sagt man so. Nicht ganz, aber... Jesus der Dritte, keine Ahnung. Nein, aber falls er so gesagt wird, was heisst untertan? Ich sage, es gibt den König, der die Leute ausnützt. Es gibt aber den Leuten, der die Verantwortung spürt. Also ich bin ja ein Jäger, als ich zuerst mit einer glatten Waffe im Wald gestanden bin. Was spürst du? Führst du Verantwortung oder eine Macht? Und ich habe die Verantwortung gespürt. Also kein Klischee. Diese Überlegung habe ich mir nicht gemacht. Ich bin wirklich auf die Verantwortung gekommen. Und wir Menschen, wir sind jetzt halt auch mal aktuell die Tierart, ja von mir aus die Tierart, die einen grossen Einfluss hat. Momentan wahrscheinlich fast den grössten Einfluss hat. Und ja, die Verantwortung müssen wir wahrnehmen. Genau. Ich habe das gleiche Handy mit der Erde, wo viel Blut dran ist. Da können wir aber alle irgendwie nicht ganz draus. Aber noch zu Bibelfestigkeit. Macht euch die Erde untertan. Genau, fertig. Und ich glaube, du hast es völlig richtig verstanden. Ich glaube, es ist eine Missinterpretation, wo es geht, dass Leute das Gefühl haben, das heisst, wir können quasi die Erde platt machen. Und Natur, sondern ich glaube, das, was biblisch gemeint ist, genau das, so wie du es beschrieben hast. Es ist ein Bild vom König, aber vom fürsorglichen König, der zu der Erde schaut. Es ist auch ein Bild vom Garten, vom Gärtner, der Wald, aber eben im Sinne von einem Kulturauftrag, aber von der Fürsorge, vom Ganzen zum Blühen bringen. Das ist die Aufgabe. Ich glaube, das andere ist eine Missinterpretation. Und vielleicht ist es ja manchmal auch, natürlich, dass wir heute so wenig aufgewachsen sind, wir kennen ja auch die Furcht und Schreck von der Natur im Normalfall eigentlich nicht. Vielleicht bist du hier näher dran. Es hat ja Zeit gegeben, du musst sagen, also hast du ja mal schauen, dass du überhaupt überlebst. Also effektiv, die Natur ist dort manchmal auch sehr durchaus ein Find, und du musst irgendwie in deinem Raum arbeiten. Ja, und wenn du natürlich im 1803 ein Kuhli oder zwei gehabt hast, nebens du bist auf der Jagd, hast du quasi die Rehe ausgerottet und nachher den Wolf hat es noch gegeben. Und wenn der nachher noch dein Kuhli nimmt, ist es einfach eine existenzielle Familiengefährdung. Und dass man dort nachher weg mit dem Viech findet, habe ich bei aller Ehr und ganz naturschützerisch ein gewisses Verständnis dafür. Genau. Aber ich glaube, die Verantwortung ist da. Und ich glaube, du hast ja schon gesagt, es hat etwas mit dem Christlichen zu tun, mit dem Glauben usw. Wir hören jetzt den Song an, bevor wir dort noch ein bisschen tiefer drehen. Du hast uns einen Song mitgebracht, den du damals schon bei der Trauung gewünscht hast, auch gespielt worden ist, in der alkoholischen Chorversion. Wir hören, wo es Avatars beliefen. You've ended up with heart in hand, a child alone, on your own, retreating. Regretful for the things you're not, and all the dreams you haven't got, without a heart of stone lies bleeding. And for all the roads you followed, and for all you did not find, and for all the things you had to leave behind. I am the way, I am the light, I am the dark inside the night. I hear your hopes, I feel your dreams, and in the dark, I hear your screams. Don't turn away, just take my hand, and when you make your final stand, I'll be right there, I'll never leave. All I ask of you is believe. You dropped your lies, so intense, like bothering your innocence. For bits of string, grown-up wings, and the things you needed. But when you had to add them up, you found that they were not enough to get you in and pay for sins repeated. And for all the years you borrowed, and for all the tears you cried, and for all the fears you had to keep inside. I am the way, I am the light, I am the dark inside the night. I hear your hopes, I feel your dreams, and in the dark, I hear your screams. Don't turn away, just take my hand, and when you make your final stand, I'll be right there, I'll never leave. All I ask of you is believe. Yeah! I never wanted to know, never wanted to see, I wasted my time, too time wasted me. Never wanted to go, always wanted to stay, cause the person I am, or the person I played. So I pride and I play, hope in a scheme, to the lure of a knight, to the love in his dreams. And I'm holding on tight, to a world gone astray, as they charge me for years, I can't pay. Yeah! and I'll be right back. Don't be right. And I'll be right back. I'll be right back. We'll be right back. I am the way I am the light I am the dark inside the night I hear your hopes I feel your dreams And in the dark I hear your screams Don't turn away Just take my hand When you make your final stand Be right there I'll never leave All I ask of you The Blitzablated Rock und Metal Mit Mige Colatrulio BELIEVE Das Abotage mit BELIEVE Wir sind fast auf das Ritter gekommen Mit dem Song definitiv Die Frage von Glauben Von Religion Roger Das Verhältnis Metal und Religion Das ist ja nicht so ganz einfach Wie erlebst du diese Beziehung? Ich habe festgestellt bei den Reviews Am Anfang Als erstes von einer christlichen Band Mir wurde sehr offensichtlich Christliche Bands In Berührung Mit Narnia Dass ich Dort auf dem Laufen Text Anfangen zu hören Und gefunden Das geht doch gar nicht Und dann aber auch gemerkt Ist das Also sehr schnell Bevor ich das Reviews geschrieben habe Ich glaube es ist Irgendes Netprojekt Von Narnia Vom Sänger Ist es das fair Dass ich den Text bewerte Und sonst nicht Ich muss sagen Eigentlich nicht Aber ich mache es jetzt gleich Und dann irgendwie In die Schweiz Halt durch die Radiosendung Die Viding Line Das war glaube ich Das war eine der ersten Christlichen Metal Bands Die ich im Studio hatte Taktlos Metal Und gemerkt habe Das sind eigentlich Also neben dem Christlichen Sowieso Das sind einfach total liebe Leute Also wie generell Metaller Total liebe Leute sind Jetzt gerade Rainforce kommt Ja Am 30 Das habe ich jetzt im Studio gehabt Und wird am 30 Zuerst mal ausgestalt Super liebe Leute Andi Lamorte Kenne ich schon länger Ja Und Sollen sie doch Über ihre Liebe zu Gott singen Ist mir doch gleich Sollen sie Sollen sie über das singen Was sie beschäftigen Sollange sie nicht singen Wie gut das Krieg ist Und wie toll das Satan ist Singen sie nicht Dümmer Nein Es ist wirklich Sollen sie über das singen Was für sie wichtig ist Und von dem her Da wieder grosser Respekt Die Frage ist halt immer Wo Wovon zu missionieren An Ist ein schmaler Grad Halt Also ich verstehe es auch Wenn man überzeugt ist Wenn einem Gott begegnet ist Jesus begegnet ist Mehr bisher noch nie passiert Oder nicht Dass ich es so gespürt habe Aber Wenn jemand das Findt und merkt Das ist eine Kraft Wie ihm etwas bringt Einmal das missionieren hat Und findet Das müsste ich zu jedem erleben Kann ich noch vollziehen Ich glaube Die Wege zu Gott Habe ich mal gehört Sind nicht Jeder muss seinen eigenen Weg Finden zu Gott Ja Wieso ist denn Wenn man das Wieso selbst in den Weg Den anderen hat Für alle auch stimmen Also ich weiss Also du merkst Es ist mir mehr so ein bisschen Gratwanderung Also das verstehe ich ja Ich lebe das Ich meine du weisst ja Ich bin Pfarrer Und ich stand ja Für die Botschaft Und das ist etwas Wo mein Leben ja Wirklich prägt Und wo ich auch Weitergebe Aber ich bin einig mit dir Ich glaube es Es braucht ganz viel Taktgefühl Wenn es vom Taktlosmettel Hat Bei dir glaube Gerade wenn es um Glauben geht Braucht es ganz viel Taktgefühl Eben wo wirklich Gegenüber Auch wahrnimmt Und eben nicht Irgendwie einfach Nur das eigene Irgendwie versucht Da jemandem überzustülpen Sondern eben irgendwo Wahrnimmt Was ist beim anderen da Also wirklich Wenn es Ja Ein Dialog Ein Gespräch Eine echte Begegnung Ist nicht nur einfach Ja ja meins Und jetzt da Ich glaube Nur dann kann es ja Wirklich auch Beim anderen Etwas Etwas bewirken Wo wirklich Dann auch echt ist Oder fürs andere relevant ist Vielleicht kann etwas von mir Bei dir etwas auslösen Und inspirieren Oder so Aber es wird sicher Für dich etwas Einiges sein Das kann ich für dich machen Vielleicht Ich habe als Lokaljournalist Innen Im Freiamt Weil auch Katholisch geprägt ist Auch immer wieder mit Katholisch und reformierten Kirchen zu tun Und bei uns Ich habe das Gefühl Die sind sehr nahe an den Leuten Was mir sehr gut gefällt Also auch mit denen Das sind super Leute Also einfach Jetzt keinen Namen nennen Sonst werde ich jemanden Vergissen Aber es sind wirklich Es sind auch wieder super Leute Man kann mit denen super reden Und ich glaube auch Und das ist das Grosse vielleicht Ja Religionen Gibt Krieg Ja Gibt Krieg Sobald etwas mächtig wird Wird halt der Krieg ausgelöst Kann man nicht verhindern Aber dass die Religion Auch vielen Leuten Sehr viel Kraft gibt Das ist die volle Respekt Die Frage ist Was die Katholische Kirche Gegen oben raus macht Zum Teil Und wie sie mit gewissen Sachen umgeht Wo wir eigentlich Für mich Offizialdelekt sind Und die den Stadtmessig eingreifen Das ist die andere Frage Aber an der Basissunde Spüre ich Und sehe ich Zumindest im Freiamt Wo ich zu Hause bin Sehr viel Gutes Was passiert Sehr schön Das zu hören Man hört ja oft Auch die anderen Schlagzeilen Und die anderen Themen Vor allem Und es ist cool Das zu hören Dass es dort wo du Geheime bist Überzeugt auch Ergelebt wird Schön Ich meine das Was du sagst Wegen der Ich könnte es kritischer sagen Es gibt ja vielleicht Auch andere Arten Im Metal Wo Zwar vielleicht sagen Ja eben Die Christen und so Die sollen nicht missionieren Aber sie hat ja Metal Auch für andere Sachen Durchaus ja auch missioniert Oder Für andere Haltung Oder wie siehst du das So dass es auch Durchaus religiöse Zeug Manchmal hat Oder vielleicht auch für andere Es ist einfach nicht so Petal Sag jetzt mal Es ist wie Ja Christen sind Auf die Kammer Ja rumhacken Die haben ja auch Schwierige Geschichte Also Christen sind häufig Einfaches Opfer Natürlich Ja Ich finde es generell Schwierig Also wir dürfen ja Kritische Fragen stellen Wir dürfen Gegen oben Kritische Fragen stellen Also gegen die Regierung Die kritische Haltung Ist sicher etwas Was den Metal Bisschen und gewissen Gerade auch ausmacht Aber Ja Aber halt Es hat halt Eben Es zeichnet das ganze Leben Wir dürfen mal Lustig singen Über Stilpainter Was es übertreibt Ich würde sagen Fraufeindlich Weiss es nicht Ich glaube nicht Wir dürfen mal lustig sein Wir dürfen mal blöd sein Humorische Geschmacksache Bis zu einem gewissen Grad Das darf ich alles haben Aber ja Dass wir jetzt Ich habe Vielleicht ein anderes Beispiel Verherrlichung Missionierung Ob Sabaton Jetzt Überkrieg Oder Kriegsverherrlichend ist Oder Überkrieg Sinkt Dürfen wir Hinterfragen Selten wir Hinterfragen Ich habe es schon Länger nicht mehr Verfolgt Ich bin Am Anfang Zeit lang Als es noch Liege War Den Beweis Carolus Rex Verfolgt Mir hat es Nicht mehr so Passt Als es angefangen Ein Panzer Auf der Beihand Über den Panzer Witz zu machen Ab dem Moment Ich habe es ihnen Eigentlich nicht mehr So abgenommen Die Kriegskritte Und wenn Ich habe es entweder Mühe Wenn man einen Fröhlichen Song Machen Mit einer Fröhlichen Popmelodie Wir sind Die Kriege Wir werden Unsere Feinde Schlachten Hey Überlegt Er Eigentlich Was er Da singt Ich kann Mich können Alles Kriegsanteil Deklarieren Darum habe ich Nach der Jagdausbildung gemacht An der Waffe So viel zu unserem System Das haben wir Auch mal Kritik Anbringen Ja Man geht fröhlich In die Schlacht Man singt Wie man fröhlich In die Schlacht geht Ich glaube Das hat man Gerade Ja Zwischen Ersten Weltkrieg gesehen So sind sie Abgeschlachtet Wurden Familienväter Ich bin jetzt Familienvater Aber auch Gleich Wenn es nur Kollegen Wäre Das ist Jemand Ich glaube Die Hörer Wissen Was ich meine Ein bisschen Klumpen Im Hals Ist das noch gut Aber ich Hose halt Auch nicht Bei all den Texten So genau zu Wenn es Englisch sind Aber lohnt sich Wahrscheinlich Oft Wird sich Lohnen Ja Und dann braucht es Nachher einfach Gleiche Dass man überall Mit gleichen L misst Wahrscheinlich Du hast eben Vorhin gesagt Du hast die Rischler-Texte Gelesen Und ich merkte Vielleicht Müsst du die Anderen Auch lesen Das ist ja Aber Von Bewusstseinskompetent Zu Bewusstseinskompetent Ist ein langer Schritt Kann man auch Ausrede Ist ein prima Ausrede Ja Genau Wir hören Bevor wir Zu den Publikumsfragen Kommen Die Schlussrunde Machen Ein Song Von einer Absoluten Lieblingsband Hast du mir Geseit Was ist Welches ist Deine Absolute Lieblingsband Das ist Dream Theater Ich habe Landgemeins The Blind Garden Dream Theater Begleitet mich mittlerweile Länger Eine Band Wo ich gar nicht Merke Dass sie progressiv Sind Ausser wenn ich Live Versuche Zu Headbangen Es gibt Es gibt Kollegen Von mir Die Können Es Nicht Zulassen Es Ist Zu Freaklich Ein Offenes Buch Ich habe gesagt Am Anfang Ich bin Kein Musiker Viele Lieder Sind Für mich Offene Bücher Das sind Für mich Geschichten Die Logischen Zusammenhang Die Komischen Text Sind Gar Nicht Komisch Bei ihnen Spirit Carry Zone Ist Relativ Geradlinig Ich glaube Ich habe Die Live Version Mit Trisha McNeil Eine sehr emotionale Version Und Vielleicht Auch Ich bin Wissenschaftlich Interessiert Als Naturschützer Als Ausbilder Naturschützer Und Ich glaube Jetzt Dass Ihr Nehmt Christlicher Sagt Dass Der Geist Weiter Lebt Und Energie Kann Man Nicht Zerstören Wir Essen Täglich Viecher Und Blätter Wir Nehmen Die Nere Energie Auf Wir Werden Irgend Als Wieder Zu Erden Der Geist Ablöst Ich kann Es Nicht Das Gegenteil Beweisen Aber Irgendwann Durch Dass Eine Einstellung In Anderen Weiter Lebt Dass Wir Ein Erlebnis Von Sehr Viel Leuten Nicht nur Genetisch Sonst Und Ich glaube Das ist Die Hoffnung Vom Leben Nach dem Tod Irgendwann Durch Das Lied Seht Sehr Viel Aus Und Es Ist Schon Christlich Was Nur Christlich Musikwerk Das Ist Das Ich Bei dir Früh Das Gefühl Wir Kennen Er Hat Nicht So Viel Zu Mit Dem Gehen Wir Hingen Reden Wir Dich Der Roche Hat Noch Garn Garnet 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 Selmer Was machen Mit Dem Kind Christ Ja Nein Komm Schon Also Wir Hint Das Schon Wir Hint Schon Mehr Gedanken Gmacht Aber Ein Dings Ist Ein Positiver Teil unserer Kultur Genau Lass Mal rein The Spirit Carries On For Dream Theater Where Did We Come From Why Are We Here Where Do We Go When We Die What Lies Beyond What Lay Before Is Anything Certain In Life They Say Life Is Too Sure The Here And The Now And You Only Given One Shot But Could There Be More Have I Lived Before Or Could This Be All That We Got If I Die Tomorrow I Be Alright Because I Believe That After We Come Spirit Carries On Spirit I used to be frightened of dying I used to think death was the end But that was before I'm not scared anymore I know that my soul would transcend I may never find all the answers I may never understand why I may never do what I know to be cheap But I know that I still have to try Sing it out! If I die tomorrow I'd be alright Because I believe That I'm too late gone The spirit carries on Move on, be brave Don't weep in my brain Because I am no longer here Please never forget Let your memory of me disappear Keep on me guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo The same thing that I did surrounds me Free off the fear and the pain A question in mind That's how to be defined Dreaming in my life again Oh, the touch I'm part of the fear and the pain Now that I'm here It's perfectly clear I've found out what all of it is to be Oh, if I die tomorrow I'll be alright Like everybody That answer will flow then carries on Cause there is no Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. am gleichen Abend gewesen. Und zwar, jetzt ist die erste Stunde die Blutjungen sind zu Darlen gekommen. Aus irgendeinem komischen Grund hat der Sänger von ihnen einen Tauben Mayonnaise dabei gehabt, wieso auch immer. Jung, hungrig, ich weiss nicht, nüchtern, nicht nüchtern, aber die werden sich regelmäßig auf YouTube noch stellen im Zusammenhang mit dem Jubiläum. Vor allem, weil die nächste Stunde ist nachher mit Pylon, nicht der Medko, sondern Jan. Samuel kennt Jan Thomas. Die nächste Stunde ist gewesen, als zuerst sind es Darlet, Jung, Heavy Metal, sie wollte nicht einmal wissen, dass man eigentlich kann mit Müh und Not etwas Eignisses von ihnen kommen, zu drei Liedern, das ist dann alles zugekommen. Dann kommt Jan mit Pylon, Doom, Intellektuell, auch sympathisch. Das war wie Tag und Nacht. Beide sehr sympathisch. Ich habe das kalt, ich habe irgendwie gefunden, was fett ist, irgendein Band mit, wo die Leute 20 sind, die irgendwie voll seriös sind. Nein. Und dann kommt der Jan. Die Ruhe in Person, Intellektuell. Und das ist schon, das ist, ich finde, das ist eben cool. Das ist super, wenn du dich auf die Leute einlässt, wenn die Stimmung, wenn die Leute das vielleicht dann gespüren, das hast du ja, wenn du es einfach nicht schreibst, du spürst, dass du die Leute nicht, aber wenn du das Wort hast, und die Leute das gespüren, wie es lebt im Studio auf die eine oder andere Art, das ist, das ist wirklich cool gewesen. Ja, das kann man also noch vorstellen. Gibt es irgendeine Band, die sagst, habe ich noch nie bei mir gehabt, vielleicht auch eine Band, die es nicht mehr gibt, wo vielleicht die Mitglieder gar nicht mehr leben, oder ich sage jetzt irgendetwas, wo du sagst, das wäre ein Interview gewesen, das ich gerne mal geführt hätte. Savotage als Savotage. Ich habe, ja, ich habe Transimirn-Orchester zweimal interviewen dürfen, beim ersten Mal ist, also zweimal mit dem LP-Trailing, beim ersten Mal ist, nicht John Oliva, ist der Polonil vorbeikommen, auch schon vor dem Interview, hat mich gefragt, welche Größe ich habe, so L, nach fünf Minuten Interview kommt er, und bringt mir irgendeine, sagt er, ja, das habe ich jetzt noch irgendeine Jeansjacke, die es nicht zu kaufen gibt, LPs, Tourbücher und ihr T-Shirt, und ich völlig perplex, und der ist sofort wieder raus gewesen, Polonil Selig, und ich frage nur so den LP-Trailing, is he always like Christmas? Ich mit meinem schlechten Englisch, äh, ja, ähm, das war nicht die Frage, aber Savatage, alles Savatage, äh, dort hoffen wir natürlich, also hoffen wir schwer, dass es irgendeine Jeanschke noch eine Reunion gibt, die spielen ja eigentlich die meisten, spielen noch in der, beim Trans-Signal-Orchester dabei, und das andere wäre natürlich schön, wenn sich gewisse Bands würden in der alten Besetzung eine Reunion machen, sprich Inishmoor, wenn die irgendeine Jeanschke würden sagen, hey, eher vor die ersten 15 Jahre als Inishmoor sind doch schon cool gewesen, wir möchten wieder mal, wir vertragen uns vielleicht wieder, falls sich es wieder vertragen, und natürlich grosser Wunsch, auch Sharing Cross wäre natürlich auch schön, wenn die wieder zusammenkommen oder Crown of Glory, aber vielleicht dauert das gute Weile, ja, gute Dinge weil wir haben, Halloween sind heute auch wieder zusammen, auf Kosten leider von Gamma Ray, aber gleich, dafür besser denn je finde, also in der Ecke, ja. Ja, ja, Gamma Ray fällt mir auch, muss ich auch sagen. Dann vielleicht noch eine letzte Frage von mir, wir haben es vorhin, auch der John hat es auch erwähnt, er ist froh, dass es Leute gibt, die noch die Schweizer Metal-Szene unterstützen, und ich habe jetzt auch durch meine Sendung, die letzten 7, 6, 7, 8 Jahre, einen anderen Blick auf die Metal-Szene in der Schweiz bekommen, erstens mal, wie siehst du die Metal-Szene, wir haben ganz am Anfang, bevor wir auf die Sendung gingen, sind wir schon mal ganz kurz darüber geredet, intern hier, wir haben hier drei, wie siehst du die Metal-Szene, ist das, du hast jetzt noch ein bisschen länger Erfahrung, 20 Jahre, was läuft, mehr, was, konzertmässig, ist da mehr, ist es da schwieriger geworden, jetzt auch gerade nach Corona, das ist ja ein Riesenthema, wie siehst du die Szenen, Metal in der Schweiz? Ich selber habe meine, zum Glück habe ich die Radiosendung noch, also ich habe, vor Corona, nein, vor Corona sind wir seit langem, ich und meine Frau, zweimal pro Woche Konzert, nachher ist Corona gekommen, ich glaube, es hat vorher schon ein bisschen abgegeben, und nachher, nach Corona, sind wir älter geworden, sprich, jetzt ist noch fünf, jetzt ist noch eine Handvoll Konzerte, also wirklich noch eine Handvoll, also ich sehe einfach, nein, ich verfolge es eigentlich gar nicht so stark, ich verfolge noch, was neu rauskommt, ich sehe einfach, es gibt weiterhin Konzerte, die stattfinden, das ist super, was das Schöne ist, ist, es kommen immer wieder junge Bands, es werden, alte, lösen sich auf, es werden neue Bands gründen, ich habe zum Beispiel Bad Marilyn im Studio, Infinita-Sängerin, zusammen mit Sammy Lasani und anderen, Ex-Godiva, Godiva gibt es, glaube ich, nicht mehr, Gods of Silence, Gods of Silence, genau, also es gibt, auch dort, es gibt wieder Neues, es ist halt Evolution, ob es immer ins Positive geht, aber, weiss man nicht, aber es entsteht etwas, es gibt, es gibt Sachen, aus Sharing Cross, sind nachher auch wieder neue Bands entstanden, die Entwicklung, und es geht auch wieder retor, es sind wir auch Halloween, vielleicht, also im positiven Sinne, es geht immer vorwärts, aber, es geht weiter, und das Schöne ist wirklich, dass wir den Nachwuchs haben, und der ist nicht selbstverständlich, und dort finde ich es gut, wenn wir, das können wir ja als Radiomoderator auch machen, uns beitragen, wenn wir, mein gesetzteren Alter, Mittelalter, sagen, wenn jemand kommt und neu will, dabei sein, dass man ihm sagt, hey, du bist nicht Konkurrent, sondern, coole Sache, es braucht ja nur ein Wort, zwei Wörter sind das, coole Sache, dass wir es nicht als Konkurrenz schauen, und finden, was willst du, ich mache seit 20 Jahren, musst du gar nicht wollen, nein, nein, einfach das gegenseitige Unterstützen, auch dort, einem Unterstützerjournalismus, wie man immer will sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass das wirklich auch, die Wertschätzung ist, das bedeutet mega viel, also, ich habe ja am Anfang, auch ein bisschen Musik gemacht, dann gemerkt, mein Platz ist nicht Musik, aber ich verstand ein bisschen, etwas glaube ich, von dem, was in den Bands auch abgeht, und ich merke, das ist, bei so vielen Musikern so wichtig, wenn eben, man gibt alles drin, wie du gesagt hast, schon nachher, aber wenn jemand, das wir auch wollen, oder es gibt ein Blatt von, ich darf auch einmal dorthin, da nimmt sich jemand Zeit, für mich eine Stunde, dringelassen, ich glaube, das ist unglaublich wertvoll, für die Menschen, von dem her, ich sage jetzt dir einfach mal, als nicht Musiker, aber einfach merci, für deinen Dienst, das gilt auch für dich, Miku, du machst das genau gleich, da, ich glaube, für die Szene, das ist, auch wenn es kleine Brötchen sind, immer wieder, aber ich glaube, es für die Menschen, mega wertvoll, von dem her, merci vielmals für euch, auch in diesem Dienst, den ich hier tue. Ja, merci, gebe ich gerne auch so weiter. Gleichfalls. Ja, ich will sagen, dann schliessen wir doch, das Gespräch so ab, und zwar noch mit einem Song, den du gewünscht hast, von einer Band, aber wahrscheinlich schon länger, persönlich mit einem Befreundet bist, von Partners, noch ein Wort. Vielleicht hätte ich sagen, wer bei mir in der Radiosendung, muss kommen, muss mich vorher einladen, zum Skifahren, ich würde sie gar nicht, jedes Wochenende am Skifahren sein, nein, mit Partners ist es tatsächlich so, da ist eine Freundschaft entstanden, ist momentan leicht, ja, sie besteht immer noch, man muss sich nicht jeden Tag, da gesehen, man muss sich nicht jeden Tag telefonieren, aber jetzt sind wir tatsächlich, über ein paar Jahre, miteinander Skifahren, mit Kindern ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber auch dort, das sind einfach so kleine, herzige Sachen, die entstehen, und man muss definitiv nicht, Skifahren mit mir, wenn man in die Sendung will kommen. bin ich froh, ich fahre schon ein paar Jahre nicht mehr Ski. Ich glaube, die Band passt ja gut, jetzt auch zum Schluss, von dem Gespräch, weil Partners ist eine Band, die ich auch mit, auf einer ganz anderen Ebene mit verbunden sein darf, natürlich über Nadine, auch vom Tom Zobrück, genau, von der du befreundet bist mit, aber wo unsere Sozialdiakonin ist, in der Metal Church, und von dem her gehören wir jetzt, bevor wir dann noch ein bisschen weiter schauen, sonst zum Schluss, mit dir Roger Messiav, bist du da gewesen, Seven Times, Eternity for Partners. Eternity for Partners. Eternity for Partners. Eternity for Partners. Mortal men are doomed to die Mortal men are doomed to die In the dark, in the underworld When the Lord's peace can't be scared Death waiting for deliverance Cause the time will soon have come Seven is fear after time to blow Seven is fall of pain Seven times eternity Unmannered time Seven years are waiting In the heart of the stone Mortal men are doomed to die Mortal men are doomed to die Seven is fear after time to blow Seven is fall of pain Seven times eternity Unmannered time Seven years are waiting In the heart of the stone Mortal men are doomed to die Mortal men are doomed to die Seven times eternity Unmannered time Seven years are waiting In the heart of the stone They are doomed to die Mortal men 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 are doomed to die 7 Times Eternity von den Pörtness sind das gewesen. Und jetzt bei mir immer noch hier vor dem Mikrofon zu später Stunde, fast 20 ab 9 schon, der Samuel Metalpfarrer Hug. Und wir wollen noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben ja noch den einen oder anderen Heavy Mental dieses Jahr vor. Genau, was schon fix ist, ist es am 5. Juni wieder eine Sendung. Und wir haben dann jemanden eingeladen, wo man Metal oder so nicht im ersten Blick würde geben. Und zwar ist der Manuel Schmid zu Gast vom RefLab. Das ist so eine reformierte kirchliche Online-Plattform, wo Podcasts und alle möglichen Sachen macht. Man sieht den Metal auch nicht an oder nicht mehr an, aber in Jugendliche Jahren hat er auch Hardrock und Metal gelöst. Das ist vielleicht beinahe, wo es sich ein bisschen anders hintergegangen ist, aber ich habe letztens das herausgefunden. Und er ist ein spannender Mensch, hat auch etwas mit Medien zu tun. Ich glaube, da gibt es viele Sachen, die spannend wird sein. Mit Kieler sowieso. Aber eben auch, da gibt es den Hardrock und den Metal schon noch rum. Also bei dem gibt es sicher auch Musik aus den 80er Jahren. Und er ist ein Doktor der Theologie, hat ein spannendes Thema doktoriert, nämlich über die Frage von so ein bisschen inwiefern hat unser Leben ein Plan. Es gibt so, als ich jetzt christliche Frost sage, Gott hat einen Plan für dein Leben. Aber wie ist das eigentlich oder wie ist das mit der Freiheit vom Gestalten? Und er hat sich da intensiv damit beschäftigt und da werden wir etwas zu hören haben. Genau. Und das wird ein Gespräch sein, das dann auch ich führen werde, weil dann kann der Silas terminellich sowieso nicht. Aber dann gibt es ein Gespräch quasi von Theologen zu Theologen, aber auch wieder mit guter Musik und vielen tiefen Lebensfragen. Und es gibt noch ein paar spannende Storys, auch zum Beispiel von seiner Begegnung mit einer Black-Metal-Band in Basel, die noch mal Pastor war und so. Okay, also da freuen wir uns sicher wieder drauf. Was läuft sonst noch in der Metal-Church? In der nächsten Zeit? Ja, es läuft ein Haufen. Was ich jetzt einfach da wieder drauf hinweisen ist sicher das nächste Heavy Sanctum, der nächste Metal-Gottesdienst im Konzert. Wir sind nächstes Mal nicht im Soho, sondern wir sind eingeladen worden ins Improvisorium auf Hutuville. Auf Hutu, das ist am Samstag, wieder mal am Samstag, am Sonntag am 25. Mai. Und wir haben dann ursprünglich jetzt mal Ascara zu Gast gehabt. Das hat vermutlich schlussendlich doch nicht geklappt. Wir mussten wieder absagen, aber jetzt haben wir eine andere Band aus Basel zu Gast. Wrath of Algar, also Metalcore, junger Metalcore aus Basel. Und du wirst ja, das ist das, was ich noch mitgebracht habe zum Schluss, so als Vorschau auf 25. Mai. Wrath of Algar, the Rise of Algar. Dann hören wir uns an und kommen dann schon bald zum Schluss dieser Sendung. bis auf toute das Neuge Die Zeit I'm and gone at the dawn of the earth Where wolves and creatures coming alive Lethal rumors you may have heard With dream tentacles in the ice Gälder, Hörs und Wann im Wann Am I so so cool, you're beautiful too Ready to cut us with power and might If you don't be addicted, she's got life for you Rise, there's a rise of hunger Cut us from the dust below Welcome to the new world or not For everyone she will bow Rise, there's a rise of hunger She is our guiding light Colors go well in our stead Paint us through this endless sight For ages she's left in the depths of the sea Now she's rising to claim her nets There is no time to attack your fight Just follow me and take my hand Become a disciple, make your remand She is righteous, don't attempt to deceive If you betray her, your lies she will end You suffer in hell, there will be no release Rise, there's a rise of hunger Cut us from the dust below Welcome to the new world or not For everyone she will bow Rise, there's a rise of hunger See, there's our guiding light Colors go well in our stead Make us through this endless night This��-like Like weрат, we need to be in the depths of the sea While joining us for the new world falls Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Yo! Without a warning Out of the blue You are so hungry What could I do? She dragged me to the back door Like a doggone league No counter-resistance But it's part of the meat I'm part of myself Just take what you can I'm not hesitate I know what it's like When life gets me done Hands on the trigger Come on, take me higher Hands on the trigger I'm setting the sky on fire Ooh, yeah Strong desire Underbore in the rain No need for a talking Didn't know a name And the first time in the morning Of me I'm still blind Didn't have to see nothing What I felt was right I thought of myself Just take what you can Just take what you can Slava's getting yourself It's good or it's fair When life treats you right Hands on the trigger Come on, take me higher Come on, take me higher Hands on the trigger I'm setting the sky on fire Ooh, yeah On the trigger On the trigger On the trigger You need a fire At every time in the night You feel like you're not Which means you might not be You feel like you're not You don't have to be You don't have to be And it's in time You're not Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind eine Rock- und Metal-Band aus dem Raum Lörrach und freuen uns, zusammen mit dir die Bühne und das Zelt zum Beben zu bringen Keep on rocking and see you there! Untertitelung des ZDF, 2020 mit Firepower Dann gibt's dann noch einen Abschlusssong und dann ist die Sendung auch schon wieder geschickt Untertitelung des ZDF, 2020 Rock und Metal mit Miege-Golab-Dummeer mit Rule mit Weapons drawn, we claim the future And then save all through every storm Bring in the fall to be defeated To pulverize from just till dawn Firepower, petrifice Firepower The direst cast make no exceptions We're forged by evil to compel Come rally round this flag of freedom Our union thrice or go to hell Firepower, taking lives Firepower, neutralize Empty the chamber, lock and reload This world thrives on danger It's bound to explode Aim for the target with laser and light Releasing the trigger Puts victory inside No time to pray or ask forgiveness Those blessed souls are now deceased There is no sense in this contrition With open arms we fight for peace We fight with firepower Petrifice Firepower Between the eyes Firepower Between the eyes Multi-spice Firepower Men still Men still Men still Men still Chats 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 Trash Chats 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 Song und so geredet und dabei habe ich John seinen Song noch gar nicht gespielt. Er hat vorhin nämlich grüsst, da in die Runde hinein und hat gesagt, er würde sich dann auch noch einen Song von einer Schweizer Band wünschen und er hat sich Piranha gewünscht mit Resistance to Change von ihrem 2019er Album First Kill heisst es glaube ich, wenn wir es da schnell schauen, ja genau First Kill und den hören wir uns natürlich gerne an mit einem lieben Gruß in Argo raus zum John und merci für deine Treue, dass du es da immer wieder reinhörst. Hier kommen sie. No need to rush It's time for a break You're running so credible fast No stop, no rest Dear time, take a look To the right to the left Death and decay Improgress on and on One storm above 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 Oof Oh Ratsystems will change Nothing's better than here and now Ratsystems will change Nothing's better than this present day I can't accept Don't you want to destroy my life This is my world Don't come any closer I'm persistent so merciless The consequences easy to guess I will never give up Even though I know you win I'm so alone Let's not move Let's not move It's not so strange The consequences more than here and now Resistence of change Methods better than distress of day Methods better than distress of day Resistence 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe heute gesehen, dass Danu sicher dabei ist, Ramona ist dabei und ich im Moderationsteam. Kommt doch ihr bei Rodania vorbei, dann könnt ihr euch einen Lieblingssong wünschen oder irgendeinen Gruß durchgegeben. Wir sind wieder dort und freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und uns dort auch ein bisschen unterstützt. Und jetzt habe ich euch vorhin von einem Konzert erzählt und von einer Band, die nächste Woche zu mir ins Studio kommt. Und jetzt möchte ich euch gleich noch schnell den Startsong von diesem Konzert und auch von ihrer neuen Platte spielen. Colophonium heisst der, die Band heisst The Wise Fools und ich finde den Songhammer und ich finde vor allem den Schlusshammer. Aber hörtet selber. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020